Wir müssen kriegstüchtig werden. Putin wird uns in ein paar Jahren angreifen. Wir brauchen Atomwaffen. Alle paar Tage geistern solche Aussagen durch die Presse, ausgerufen von deutschen Politikern. Nach Corona und Klima jetzt also Krieg. Ist das Ablenkung vom wirtschaftlichen Abstieg, von Verarmung und Deindustrialisierung? Oder steht uns wirklich ein großer Krieg bevor? Mein Gast sagt, wir müssen uns die wahre Entstehung des Ersten Weltkriegs anschauen. Die Geschichte hinter der offiziellen Geschichtsschreibung. Dann verstehen wir auch besser, was heute passiert. Seine Recherchen zeigen eine zynische und menschenverachtende Agenda, die schon im 19. Jahrhundert beginnt. Darüber sprechen wir und über die Ukraine. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Tom Oliver Regenauer. Schön, dass du wieder da bist. Hallo Milena, danke für die Einladung. Sehr gerne. Ich stelle dich kurz vor. Du bist Journalist, Buchautor, Musikproduzent, Texter und Manager. Warst schon als Betriebsleiter und Unternehmensberater in mehr als 20 Ländern unterwegs. Betreibst ein eigenes Plattenlabel. Hast auch schon mit vielen Künstlern wie Silo Green zusammengearbeitet. Und als Autor schreibst du regelmäßig für deinen Blog, für Manova, früher Rubicon und andere kritische Publikationen. Dein neues Buch heißt Truman Show. Texte zu Zeitenwende, Technokratie und Korporatismus 2. Ein ordentlicher Wälzer, der sich allerdings so weglies, ich habe ihn so weggelesen und der ab heute offiziell zu haben ist. Warum der Titel Truman Show? Ich denke, der beschreibt ganz gut die Realität, in der wir uns befinden. Es ist nämlich doch sehr viel kuratierte Realität. Also wir merken ja an der Berichterstattung und dem, was dann nach Tagen und Wochen herauströpfelt an Realität und Fakten zu den Umständen, siehe Geheimtreffen, siehe Ukraine etc., dass da wenig real ist von dem, was uns umgibt. Deswegen Truman Show in Bezug auf den gleichnamigen Film mit Jim Carrey. Schon sehr alt, aber immer noch sehr sehenswert und bezeichnend. Genau, das ist im Grunde eine Show. Sein Leben, Trumans Leben ist eine Show und alle wissen es nur er nicht, bis er draufkommt. Eines der interessantesten Themen in deinem Buch war für mich die Recherche zu den früheren beiden Weltkriegen, vor allem zum Ersten, weil ja gerade bei uns die Kriegsmaschinerie angeworfen wird, also vor allem verbal, aber auch militärisch. Und viele fragen sich, stehen wir jetzt auch bald vor einem Dritten Weltkrieg? Du gehst davon aus, dass wir uns die Entstehung des Ersten Weltkriegs anschauen müssen, um auch heute zu verstehen, was hier läuft. Und deine Recherche hat jetzt wenig damit zu tun, was ich damals bei Geschichte in der Schule gelernt habe. Aber klingt sehr schlüssig und du belegst es ja auch immer ganz gut. Also fangen wir einfach an. Am besten mit Cecil Rhodes. Absolut, ja. Cecil Rhodes ist den wenigsten Leuten ein Begriff. Und wichtig ist, glaube ich, vorwegzuschicken, dass die Recherche deswegen wichtig ist, weil man einfach Parallelen erkennt, historische Parallelen und eine transgenerationale Kontinuität der Ereignisse. Es sind nämlich immer die gleichen Prozesse, die im Hintergrund passieren. Es sind die gleichen Motive und oft auch die gleichen Namen, die einem begegnen. Wenn man sich die Geschichte anschaut und so wie du sagst, die offizielle Geschichtsschreibung der Gewinner, die man in der Schule zum Ersten Weltkrieg lernt oder die man im Öffentlich-Rechtlichen serviert bekommt, hat relativ wenig damit zu tun, was eigentlich passiert ist. Es gibt da durchaus tiefgängigere Recherchen und Autoren, die das genauer beleuchtet haben, wie Anthony C. Sutton oder eben Carol Quigley, der Grundlage dessen ist, was ich dann in den Artikeln auch darstelle. Ganz kurz, du hast dann also weniger in Deutschland recherchiert als international? Genau, die Bücher sind, also das Carol Quigley-Buch, Tragedy and Hope, das gibt es auch als deutsche Übersetzung, Tragödie und Hoffnung. Das ist im Prinzip die Grundlage, daran hat der Mann 20 Jahre gearbeitet. Das sind knapp 1000 Seiten Zivilisationsgeschichte und wichtig ist auch, dass Carol Quigley war renommierter Historiker, Professor in Harvard und Princeton. Also diese Recherchen sind anhand originaler Belege erstellt. Das Buch ist fundiert, recherchiert und er spricht sich auch gar nicht gegen irgendwas aus, er legt Fakten da und hat als einziger Historiker jemals Zugang zu den relevanten Dokumenten, um die es dann in den beiden Recherchen geht, eben zum Beispiel zu den Geheimdokumenten und Protokollen der Roundtable-Gruppe von Cecil Rhodes. Genau, dann fangen wir doch damit mal an, weil die Geschichte von Cecil Rhodes führt ja im Grunde zum Ersten Weltkrieg. Genau, im Prinzip Cecil Rhodes als Person ist für sehr viel verantwortlich, was uns heute umgibt. Er hatte als erster die Vision eines supranationalen Konstrukts und einer, sagen wir, Weltmacht, die nicht durch Kriege und die alten Methoden entsteht. Früher war es ja so, dass das Empire, das britische Empire, primär durch Kriege und Interventionen durch Unterjochung anderer Länder die Weltdominanz erreicht hat und ab 1600 durch die britische Ostindien-Kompanie in der ganzen Welt präsent war und eben das Imperium, in dem die Sonne nie untergeht, schaffen konnte. Also das basierte aber auf Krieg und Militärgewalt. Und Cecil Rhodes hatte die Vision, dass speziell im Kontext des amerikanischen Bürgerkrieges und der Lossagung vom Empire, der 13 Kolonien der amerikanischen... Genau, Rhodes war Brite. Genau, Rhodes war Brite, 1853 geboren und hatte die Vision, das Empire eben in die Zukunft zu führen ohne Kriege, weil er an einem gewissen Punkt zu der Überzeugung kam, dass die Amerikaner nicht mehr einzufangen sind und militärisch nicht zu besiegen. Und deswegen muss man ihn im Prinzip als Vater der sozusagen neuen Weltordnung, die uns immer verkauft wird, betrachten. Ja, aber erzähl mal ein bisschen, was hat Cecil Rhodes so angestellt und wie war diese Geschichte? Das ist ja ganz spannend, auch mit Alfred Milner zusammen, der ja auch ein hohes Tier war in England. Genau, das ist, es liest sich wie ein Roman. Also es ist sehr, sehr spannend. Deswegen mochte ich die Recherche auch und dann mag ich auch die Bücher von Carol Quigley, weil es liest sich im Prinzip wie eine Kriminalgeschichte, was es ja auch ist. Es geht um organisierte Kriminalität, denn mit Demokratie hat das ganz wenig zu tun. Cecil Rhodes war als Person schwierig, speziell, war auch nie verheiratet, hatte keine Kinder, war früh von Großbritannien aus, ja, von Finanzmächten in Großbritannien aus finanziert worden und war im Prinzip in Südafrika dafür verantwortlich, Rhodesien, was nach ihm benannt ist, also das hieß damals Rhodesien, heute Zimbabwe, zu managen. Also der war Gouverneur, Generalgouverneur von Rhodesien und hat dort im Prinzip den Rohstoffabbau kontrolliert, finanziert von zum Beispiel dem Bankhaus Rothschild in London, war sehr eng mit denen verbandelt und auch der Vater von Winston Churchill, dem späteren britischen Premierminister, war zu dieser Zeit in Südafrika. Das war eine britische Kolonie. Man hat dort Gold abgebaut und Diamanten und eben, wenn man auf der Webseite zum Beispiel der Familie Rothschild nachschaut, da gibt es eine offizielle Webseite mit einem Familienarchiv, also Rothschildarchiv.com, Rothschildarchiv.com, dann sieht man auch da in der Beschreibung, dass Cecil Rhodes dort als Agent der Rothschilds in Südafrika unterwegs war und die dortigen Rohstoffabbaugeschichten und die Dominanz, die Marktdominanz der Briten dann auch zur Gründung von De Beers, dem bekannten Diamantenhändler, geführt hat. Wenn man da bei Wikipedia nachschaut, steht als Gründer Cecil Rhodes. Der Mann war der mächtigste, reichste, einflussreichste Mensch in seiner Zeit, zumindest auf der sichtbaren politischen Bühne oder finanzpolitischen Bühne und hat dann im Auftrag der entsprechenden britischen Kreise den Diamanten- und Goldmarkt dort monopolisiert und im Prinzip die Verhältnisse geschaffen, wie sie heute noch sind. Also De Beers ist nach wie vor der größte Diamantenhändler der Welt und der Goldmarkt ist nach wie vor von den gleichen Kreisen reguliert und dominiert, die den damals in Beschlag genommen haben. Und was eben jetzt für die Recherche relevant ist, ist, dass er Gründer der Roundtable-Gruppe war, einer verschwiegenen Geheimgesellschaft, die sich aus kleinen Kreisen formieren sollte, wo nur der innere Kreis über das tatsächliche Ziel informiert ist. Die äußeren Kreise dienen praktisch als nützliche Idioten und Helfershelfer, die von den eigentlichen Zielen des inneren Kreises nichts wissen. Und dieses Konzept ist uns heute auch bekannt aus Thinktanks und NGOs und Stiftungen, die nach außen auftreten mit hehren Zielen und philanthropischen Ansätzen, die aber oft ganz andere Ziele verfolgen und ihre Finanzmittel für ganz andere Dinge einbringen. Deswegen ist die Geschichte von Cecil Rhodes und seiner Roundtable-Gruppe, beziehungsweise auch, du hast es Alfred Milner erwähnt, die sehr relevant für das, was heute passiert, zumal die wenigsten Menschen sich dessen bewusst sind und diese Namen kennen. Was haben die sich denn da genau ausgedacht für die Zukunft der Welt? Wie gesagt, es ging darum, dass man das Empire wieder zum alten Glanz verhelfen wollte. Es war nämlich so ein bisschen am absteigenden Ast in dieser Zeit. 1815 bis 1913 gilt als imperiales Jahrhundert. Nichtsdestotrotz, das Empire verlor an Macht. Es hatte weniger Einfluss in China und in seinen Kolonien. Es hatte mit Kriegen zu kämpfen. Und die Idee von Rhodes und Konsorten war, dass man das Empire eben wieder zu altem Weltruhm, dass man dem Empire zu altem Weltruhm und der globalen Macht verhelfen sollte, die es einst hatte. Diese Blöße der Lossagung der Amerikaner hat man nie ganz verbunden. Da man sie militärisch nicht besiegen konnte, war dann die Idee, dass man die Welt übernimmt, indem man eben Organisationen gründet, die globalen Einfluss haben. Darunter zum Beispiel sowas wie die UN, die Vereinten Nationen. Deswegen muss man sich anschauen, wie der Erste Weltkrieg genau entstanden ist. Der begann nämlich nicht 1914, wie uns Berichte im Spiegel und etc. weismachen wollen. Innerhalb von sechs Wochen nach einem Attentat auf Franz Ferdinand. Er begann eigentlich schon 10, 15, 20 Jahre früher und nimmt seine Ursprünge beim Burenkrieg in Südafrika von 1899 bis 1902, den Alfred Milner und Rhodes dort vom Zaun getreten haben. Das geben die in ihren eigenen Schreiben und Briefen, die man nachrecherchieren kann, in den offiziellen Archiven zu, dass sie den Burenkrieg dort losgetreten haben, dass sie die Bevölkerung dann 28.000 Buren in KZs, Konzentrationslagern, eingepfercht haben. Und damit gelten die auch als Erfinder der Apartheid zum Beispiel. Also vieles, was uns wieder begegnet, die sind aus der Geschichte des Zweiten Weltkrieges, Konzentrationslager, Apartheid, später in Afrika, wurde von den Briten schon im Burenkrieg installiert. Und dieses Roundtable-Konzept, das entstand erst als Society of the Elect. Das war ein kleiner Kreis von fünf Personen, die sich das ausgedacht haben. Cecil Rhodes, Alfred Milner und William T. Stapps zum Beispiel, bekanntester Publizist seinerzeit. Die waren die Grundsteinleger sozusagen dieser Organisation. Die wandelte sich dann nach dem Tod von Cecil Rhodes 1902 in Milners Kindergarten, weil sehr viele junge Leute von britischen Hochschulen rekrutiert wurden. Ein Global Player. So ähnlich. Es war im Prinzip eine Vorstufe dessen. Man hat sich bewusst Menschen, formbare Menschen gesucht von Hochschulen und hat die zu einflussreichen Personen im britischen Empire aufgebaut. Und im Prinzip ab 1904 ging über die ganzen zehn Jahre, bis 1914 der Erste Weltkrieg offiziell begann, ging eine Medienmaschine los, die permanent versucht hat, die Deutschen praktisch für alles verantwortlich zu machen. Warum? Die sahen ja die Deutschen als die größte Bedrohung für ihr Imperium. Warum eigentlich? Man hat gesehen, dass die Deutschen wirtschaftlich, militärisch sich im Aufschwung befinden. Dass das Land im Prinzip stärker reüssiert als Großbritannien, erfolgreicher ist und dass man in absehbarer Zeit militärisch und wirtschaftlich hinten anstehen wird. Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass Deutschland eventuell einen freundschaftlichen Pakt mit Russland schließen könnte und damit Kontinentaleuropa verloren ist. Man könnte diese Macht nicht besiegen und da wollte man einen Keil dazwischen treiben. Deswegen hat Großbritannien ab etwa 1902 mit praktisch der Übernahme dieser Roundtable-Gruppe durch Alfred Milner, der war der engste Vertraute von Cecil Rhodes, und hat diesen Kreis dann später weitergeleitet und geführt. Ab da begannen die Briten entsprechende Verträge und Abkommen im Hintergrund zu schließen. Militärabkommen mit Japan, militärische Abkommen mit Erzfeinden wie Frankreich und Russland, die man als praktisch Verbündete gewinnen wollte, um dann später diese Triple Entente möglich zu machen. Also dieses dreibündige Machtkonglomerat aus Großbritannien, Russland und Frankreich, was Deutschland in die Zange nehmen kann. Und damit begann man kurz nach der Jahrhundertwende und hat das dann die nächsten zehn Jahre fortgesetzt mit medialen Kampagnen gegen Deutschland, die für alles Mögliche verantwortlich gemacht wurden. Unter anderem gab es einen japanisch-russischen Krieg. Da wurde dann auch in den Medien kolportiert. Das wären die Deutschen eigentlich gewesen, die da ursächlich die Lunte angezündet haben. Dann hat Großbritannien die Japaner militärisch unterstützt und Japan konnte die Aufrüstung nicht leisten. Dann hat Großbritannien im Prinzip eine ganze Flotte gebaut und den Japanern zur Verfügung gestellt. Also die Briten haben alles getan zwischen 1902 oder 1904 bis 1914, um die Welt gegen Deutschland aufzubringen und entsprechende Bündnisse im Hintergrund zu schließen, damit Deutschland relativ isoliert dasteht, sollte es irgendwann zu einem Krieg in Europa kommen. Und die Deutschen haben es nicht gemerkt? Naja, also nicht vordergründig zumindest. Es gab sicherlich Diplomaten bzw. Leute, die da sich gewahr waren, was da passiert. Aber im Grunde konnte man ja auch wenig ausrichten. Vieles davon passierte komplett im Geheimen. Das britische Parlament selbst zum Beispiel hat erst 1911 überhaupt Einblicke bekommen in die Dokumente von Alfred Milner zwischen 1902 oder 1904 bis 1911 und wurde erst 1911 dann auch wirklich offiziell informiert darüber, welche Geheimverträge, militärische Bündnisverträge in der Zeit geschlossen wurden mit anderen Ländern. Also demokratisch ist das nicht gelaufen. Das war eine kleine Gruppe, die im Hintergrund daran gearbeitet hat, geostrategische Machtverhältnisse zu zementieren. Und als es dann zu diesem Attentat kam, 1914 auf den Thronfolger da Franz Ferdinand in Sarajevo, und der erschossen wurde, gilt das natürlich jetzt als offizieller Kriegsgrund. Aber bis heute kann man nachlesen, auch bei offiziellen Online-Enzyklopädien, dass es eine Kriegsschuldfrage gibt. Die wird bis heute kontrovers diskutiert und die Headline ist immer, die Überschrift ist immer, ja, also das Attentat auf Franz Ferdinand hat den Ersten Weltkrieg ausgelöst. Das lässt aber sämtliche Entwicklungen davor und sämtliche neofeudalen Umtriebe im Hintergrund völlig außer Acht. Zumal die Parallele auch zu heute ist, dass der osteuropäische Raum destabilisiert wurde. Also es war permanent ein Aufruhr, Tumult in einzelnen Ländern in Osteuropa, der dann am Ende, so wie in Serbien, dafür gesorgt hat, dass solche Gruppen wie diese Auftragsmörder, die Franz Ferdinand umgebracht haben, einer sogenannten schwarzen Hand, hieß die Organisation, dass die überhaupt entstehen konnten, weil das waren Milizverbände und Auftragsmörder, die im Chaos des jeweiligen lokalen Wirrwars versucht haben, dort einen Regierungswechsel herbeizuführen. Also im Prinzip Oppositionskriege. Aha. Ja, dieses Attentat von Sarajevo. Ich habe noch gelernt, Gavrilo Princip stand da und hat dann die beiden erschossen, also Franz Ferdinand und seine Frau. Aber so einfach war es da auch nicht, ne? Ne, das waren sechs Attentäter, die standen bereit. Das waren insgesamt sechs Personen, die standen da bereit an der zuvor bekannt gegebenen Strecke von diesem Staatsbesuch. Als der vorbeifuhr und es im Prinzip möglich war, ihn dann zu töten, hat man eine Bombe im Auto oder in den Wagen, das war ja kein Auto, in die Kutsche oder in den Wagen geworfen. Die ist aber dummerweise wieder rausgefallen und ist vor dem Wagen explodiert. Danach ist Franz Ferdinand mit seiner Frau dort in die Bibliothek geflüchtet, hat sich dort versteckt und abgewartet, bis der Tumult draußen sich etwas legt. Und als er dann später ins Krankenhaus im Prinzip wollte, um die Verletzten seines Trosses zu besuchen und zu schauen, wie es denen geht, ist er dann mit dem Wagen aufgebrochen. Und der ist komischerweise in die falsche Richtung abgebogen. Und als er dann angewiesen hat, dass man die richtige Strecke nimmt, kam man genau mit dem Wagen vor diesem Herrn Princip zu stehen, der ihn dann erschossen hat. Also da sind auch sehr viele Zufälle an einem Tag passiert, weil im Prinzip ist er dem Attentat entkommen. Aber kann man auch sagen, dass zum Beispiel Milner und Co. in ihrer Anti-Deutschland-Strategie hinter diesem Attentat stehen? Gibt es dafür Beweise? Also es gibt keine direkten Beweise dafür, dass die schwarze Hand als Organisation aus Großbritannien finanziert wurde. Es gibt aber auffällig viele Indizien, die da hinführen. Und es gibt auch auffällig viele Parallelen, denn die beiden Attentäter, die man dann gefasst hat, sind dann kurze Zeit nach dem Attentat unter mysteriösen Umständen in ihren Gefängnissen verstorben, konnten also nie mehr befragt werden und konnten dazu auch nichts aussagen. Aber tatsächliche physische Beweise, Dokumente, dass da eine direkte Finanzierung bestand, die gibt es nicht mehr. Und dann war es ja auch, wie ich bei dir gelesen habe, für Milner und Co. wichtig, dass die USA in diesen Krieg eintreten. Und auch dieser Kriegseintritt war anders, als wir gelernt haben. Genau. Also im Prinzip war das für die Amerikaner, die waren bis dahin ein isolationistisches Land. Die hatten mit Europa wenig am Hut. Die waren seit ihrem Unabhängigkeitskrieg erst mal mit sich beschäftigt. Und viele Amerikaner sind ja auch heute noch nicht aus ihrem Land rausgekommen, weil das Land ist tatsächlich so groß, dass man dort auch sein Leben lang reisen kann, ohne den Kontinent USA in Anführungsstrichen zu verlassen. Und dieser Isolationismus war für die Briten das Hauptproblem. Denn sie wollten, dass Amerika wieder Teil des Empire wird. Da man sie aber nicht erobern konnte und militärisch besiegen, musste man dafür sorgen, dass man in einer Koalition als Alliierte im Prinzip diesen Weltkrieg gegen das böse Deutschland kämpft. Das war im Prinzip das einzige Mittel, um die Amerikaner wieder unter die Fuchtel zu bekommen. Und man hat seit 1914, ab dem Moment, als der Erste Weltkrieg für Europa losbrach, versucht, die Amerikaner in diesen Krieg zu verwickeln. Das ging los mit der Lusitania. Das war ein Schiff mit Amerikanern an Bord. Das wurde, ich glaube, 1915 war das angegriffen und sank dann. Da sind ein paar Amerikaner gestorben. Und das hat tatsächlich dort auch, also im Land, in Amerika, für Aufsehen gesorgt. War aber immer noch nicht genug, um die Bevölkerung irgendwie in Kriegslaune zu versetzen. Das wurde von den Deutschen versenkt, ne? Genau, das wurde von den Deutschen versenkt. Also es war ja dann schon der Krieg im Gange. Und damals war viel, also ein großer Teil des Krieges war zur See, war Marinekrieg. Und die U-Boote haben dann, die deutschen U-Boote haben diese Lusitania angegriffen. Das hat aber in Amerika immer noch nicht dazu geführt, dass... Ich habe ja noch bei dir gelesen, da möchte ich noch mal ganz kurz einhaken, dass die Lusitania zwar von deutschen, also Torpedos oder so getroffen wurde, aber dass es da auch an Bord noch eine Explosion gegeben haben soll, die dann endgültig zum Sinken des Schiffes beigetragen hat. Genau, darüber könnte man noch ein eigenes Gespräch führen. Dieser ganze Vorfall ist auch sehr konstruiert, denn das war, weder war das einfach nur ein Transportschiff, das war ein hochbewaffnetes Transportschiff. Also die war bewaffnet, die Lusitania, entgegen Anordnungen, die im Kriegsfall zu gelten haben, dass man zickzack Kurse fährt, fuhr das Boot im Prinzip einfach geradeaus und war damit auch ein leichtes Ziel. Angegriffen wurde es, weil die Briten schon jahrelang eine Seeblockade gegen Deutschland auf der Nordsee errichtet hatten und damit immer weniger Güter im Land ankamen. Also es gab Versorgungsengpässe und deswegen hat die Kaiserliche oder die Deutsche Marine dann im Prinzip dieses Schiff angegriffen. Und noch dazu, wie du sagst, von den Torpedos alleine wäre es gar nicht gesunken. Es ist deswegen gesunken, weil im Laderaum war Munition, Schießpulver in falscher Verpackung untergebracht, in großen Mengen und auch nicht entsprechend gesichert. Normalerweise sind solche Gefahrengüter in entsprechenden Transportboxen und einigermaßen gesichert gegen Angriffe. In dem Fall waren es aber einfach irgendwelche Holzbehältnisse. Und erst durch diese zweite Explosion, ausgelöst durch den Torpedoeinschlag natürlich, ist das Schiff dann gesunken und sind die amerikanischen Mitbürger dann da gestorben. Und das war wie gesagt 1915, ein Jahr nach Kriegsbeginn in Europa. Der Eintritt der Amerikaner in den Ersten Weltkrieg war aber erst 1917. Also es war noch lange hin. Die sind im Prinzip relativ gegen Kriegsende erst Kriegsteilnehmer geworden. Also man hat zwischen 1914 und 1917 eine wahnsinnige Medienkampagne gefahren. Und diese Medienkampagne gegen die Deutschen wurde zentral aus Großbritannien gesteuert von diesen Zirkeln um Alfred Milner herum. Denn William T. Stead, zum Beispiel dann von Daily Mail, Times, Telegraph, diese ganzen britischen Großpublikationen, deren jeweilige Chefredakteure oder Herausgeber waren alle Teil der Roundtable-Bewegung, was man an deren, wie gesagt, Originaldokumenten nachvollziehen kann, wie Carol Quigley das in seinem Buch zweifelsfrei aufarbeitet und dokumentiert. Und dann erst 1917, als die, das heißt dann der Rape of Belgium, als die Deutschen in Belgien einmarschiert sind. Und dort tatsächlich, also ich meine, Krieg ist nicht schön. Die haben natürlich dort auch Zivilisten umgebracht, haben Häuser niedergebrannt, geplündert, vermutlich auch vergewaltigt, was man im Krieg eben barbarisches tut. Das wurde aber dann so dermaßen überzogen dargestellt und als Rape of Belgium, also Vergewaltigung Belgiens in den Medien, nonstop den Amerikanern unter die Nase gerieben, sodass dort erst durch diese Gräuel-Propaganda um Belgien herum, um diesen Vorfall, weil erst die Stimmung im Land in Amerika gekippt ist. Und erst dann waren die Amerikaner bereit, als Bevölkerung, als Volk, den Kriegseintritt zu unterstützen. Und erst dann kam auch diese offizielle Kriegserklärung der Amerikaner gegenüber Deutschland. Also sehr spät und absolut nachvollziehbar nur auf Betreiben der britischen Kreise um diese Roundtable-Gruppe herum und deren usurpierte Medien. Es gilt ja auch als Beginn der modernen Propaganda eigentlich der Erste Weltkrieg. Genau. Und die Finanzelite, die Wall Street, hat das ganze Vorhaben unterstützt, habe ich bei dir gelesen. Warum? Was gab es da alles zu gewinnen? Also die Wall Street Finanzelite hatte zunächst versucht, schon in, ja, beziehungsweise man muss da anders anfangen. Die Wall Street Finanzelite ist ja nicht unabhängig von England entstanden oder von Großbritannien. Der Finanzmarkt wird heute noch dominiert aus London, ja, der weltweite Finanzmarkt, auch wenn es immer so aussieht, als sei es die Wall Street oder als sei das alles in Amerika. Das ist dem, dem ist nicht so. Die City of London als eigener Distrikt mit eigener Gesetzgebung und eigenem Bürgermeister hat noch heute das finanzielle Sagen in der Welt und dominiert die globale Hegemonie mit ihrer Finanzmacht. Und da im Prinzip die ganzen Wall Street Banker sehr eng verbandelt waren mit der City of London, vertraten die natürlich die Interessen des Empire und damit eben, da das Empire unterwandert und infiltriert war von Rhodes und seinen Konsorten Milner und Co. und der Roundtable-Gruppe, ist klar nachvollziehbar, dass die Wall Street ein Interesse daran hatte, in den Krieg einzutreten. Vorbereitend eben hatte die Finanzelite auch gut getimt, genau 1913 die Federal Reserve gegründet, also die Zentralbank in Amerika, die von Privatbanken gestellte, ja, sieht sehr offiziell aus und staatlich, ist aber eigentlich eine Privatbank. Die Federal Reserve und auch die Einkommenssteuer gab es bis dahin nicht. Die Income Tax wurde auch 1913 erst verabschiedet, also ein Jahr vor Kriegsbeginn und Amerika war finanziell nicht gut, es war nicht gut bestellt um den Staatshaushalt. Also JP Morgan als größte Bank hatte schon 1890 mehr Geld als Amerika als Land, als Staat. Und das ist eine private Bank, bis heute drittgrößtes, glaube ich, Börses- und notiertes Unternehmen der Welt und immer noch größte Bank Amerikas. Also die hatten ein klares Interesse daran, dass man in den Krieg eintritt, um eben die Staatskassen aufzufüllen. Und Krieg ist immer ein super Geschäft. Zuerst verdient man an der Rüstungsindustrie und am Krieg selbst und nachher natürlich massiv am Wiederaufbau, weswegen Banker immer beide Seiten des Krieges unterstützen und finanzieren. Da kann man bei allen Großbanken nachschauen, der Prozess ist da immer ähnlich. Und bezeichnend ist da eben die Geschichte von Edward Mandelhaus, auch genannt Colonel House, ein sehr dubioser, einflussreicher, man kann sagen Diplomat, der im Auftrag der Wall Street die US-Regierung beraten hat, namentlich Woodrow Wilson als US-Präsident. Das kann man überall nachlesen. Da gibt es auch offizielle Archive von Mandelhaus, die man im Internet abrufen kann. Das sind Gesprächsprotokolle, Telegramme. Und der Mann gilt als linke und rechte Hand von Woodrow Wilson, war mit ihm auf der Pariser Friedenskonferenz nach dem Ersten Weltkrieg und hat ihn praktisch in allen geostrategischen Fragen beraten. Und das war ganz klar eine Person der Wall Street beziehungsweise der britischen Hochfinanz. Also da sieht man ganz klar die Connection zwischen Bankenkartellen, die seit 100 oder mehr Jahren die Geopolitik versuchen zu formen und zu dominieren und der Politik, die dann als ausführender Arm geostrategische Verhältnisse schafft. Ja genau. Was hat denn dieser Erste Weltkrieg generell und geopolitisch verändert zur Vorkriegszeit? Also der Erste Weltkrieg hat im Prinzip die geostrategische Lage geschaffen, wie wir sie heute haben. Also man kann sich, es gab zum Beispiel vorher keine supranationalen Organisationen in dem Sinne. Erst nach dem Friedensvertrag von Paris, also der Versailler Vertrag, entstanden dann zum Beispiel die Bank für internationaler Zahlungsausgleich. Es entstand der Völkerbund, die Grundlage des Völkerbundes. Die Briten haben auch die Federal Union gegründet, der Vorläufer der Europäischen Union im Prinzip. Also da wurde schon die Idee geboren einer europäischen kontinentalen Blockbildung. Alle diese Grundlagen für eine heutige UNO, für einen internationalen Währungsfonds, für die UNESCO, für die WHO, das resultiert alles aus der Geschichte des Ersten Weltkrieges und wurde alles im Prinzip von den gleichen Kreisen dominiert. Also wenn man sich die Geschichte anguckt des Versailler Friedensvertrages, da waren bei der Unterzeichnung auch vor Ort und selber unterschrieben hat sogar Alfred Milner im Auftrag der britischen Regierung. Colonel House war mit Woodrow Wilson vor Ort und die ganzen Kreise, die da in Carol Quickleys Buch beschrieben werden, sind komischerweise alle anwesend, wenn es darum geht, die Welt neu aufzuteilen. Außerdem schon 1917, gerade jetzt absolut relevant, wegen des Nahostkonfliktes Israel-Gaza, die Balfour-Erklärung, auch unterzeichnet oder instrumental erstellt von Alfred Milner. Sag noch zwei Sätze zur Balfour-Erklärung. Ich? Achso, ja klar. Die Balfour-Erklärung ist im Prinzip die offizielle Erklärung des britischen Establishments, der britischen Regierung, die das ehemalige Osmanische Reich besiegt hat und dort als Besatzungsmacht das Land dominiert hat. Und das Land wurde von den Briten zugesagt, den arabischstämmigen Menschen, die da leben. Und dann hatte man plötzlich eine Kehrtwende gemacht um 1916, 1917 und hat mit der Balfour-Erklärung im Prinzip der jüdischstämmigen Glaubensgemeinschaft dieses Land zugesprochen. Und die Balfour-Erklärung gilt als offizielle Zusage von Großbritannien an die jüdische Bevölkerung, dass das ihr Land sei. Entgegen der vorherigen Absprachen mit der arabischen Bevölkerung, die davon auch nichts wusste. Und entsprechend entstanden dort dann auch Unruhen. Und da kann man sich auch eine sehr schöne Webseite anschauen, balfour100.com. Da ist die Zeitstafel genau dargestellt, wie das entstand. Und zumindest oberflächlich auch die Hintergründe und Entstehungsgeschichte dieser Erklärung benannt ist sie nach dem damaligen englischen Minister, Arthur James Balfour, glaube ich, hieß der. Der hat aber im Prinzip zu der Erklärung außer dem Namen nichts beigetragen, denn die Erklärung wurde von Herrn Rothschild und Herrn Milner entworfen und unterzeichnet. Man kann auf der Webseite die einzelnen Entwürfe anschauen und die kleinen Anpassungen, die dann hin und her geschickt wurden. Aber im Prinzip wurde dadurch der heutige Nahe Osten so aufgeteilt, wie er jetzt ist. Und die Machtverhältnisse wurden so zementiert, wie sie heute sind. Und die geostrategischen Problemregionen wurden so eingehegt, wie sie heute sind. Von daher ist dieser Zeitraum zwischen 1902, 1904 und 1918, 1920 die Grundlage für unsere heutige Weltordnung. Ja, und wenn ich dein Buch richtig verstanden habe, dann ging es ja Cecil Rhodes und seinen Kumpanen auch darum, die Welt und ihre Bevölkerung einer elitären Kaste zu unterwerfen. Wo stehen wir dann heute nach diesem Plan? Geht immer noch alles nach Cecil Rhodes? Ja, also bezeichnend ist da ein Zitat von Ferdinand Forch, Franzose, der die Triple Entente am Schluss kommandiert hat. Der sagte nach dem Versailler Friedensvertrag, wörtlich, das ist kein Frieden, sondern ein Waffenstillstand für 20 Jahre. Und etwa 21 Jahre später begann der Zweite Weltkrieg. Der Mann hatte also entweder hellseherische Fähigkeiten oder hat die Lage gut eingeschätzt. Denn diese englische Klasse, diese Herrschaftszirkel hatten praktisch alle ein Fable für Eugenik. Also für Rassenlehre, die waren immer schon der Meinung, dass das blaue Blut, dass die adeligen Kreise in Großbritannien die Welt dominieren sollten, dass die weiße Rasse die bessere ist. Da gibt es ganz viel Briefverkehr, den man offiziell nachlesen kann, wo man über Menschen spricht in den Kolonien, die als Abschaum, Dreck, minderwertig bezeichnet werden, die man ausrotten sollte. Costa Rica wäre am besten ohne Menschen, dann würde man da leben können. Also furchtbare Zitate, komplett menschenverachtend. Und diese Eugenik, auch Bertrand Russell oder George Bernard Shaw oder bekannte Künstler waren Anhänger dieser eugenischen Ideen. Und dass die nicht verschwunden sind, sieht man, wie in anderen Artikeln von mir dargestellt, an diversen Organisationen, die es heute noch gibt. Ob Planned Parenthood oder Galton Institute, das alles heute einfach unter anderem Namen firmiert, aber die Eugenik-Ideen weiter vertritt und halt unter Bioethik verkauft oder unter biosozialer Divergenz. Aber im Prinzip sind das die gleichen Ideen der Optimierung, in Anführungsstrichen Optimierung der Rasse. Weil am Ende hatte man immer den Traum in diesen Herrschaftszirkeln, dass man eine Herrschaftskaste hat, das blaue Blut, die Erwählten, die Wissenden, Weißen. Und ja, so eine abgestumpfte, erfolgsame, uninformierte Arbeiterklasse, die sich mit dem zufrieden gibt, was man ihnen lässt. Ist das heute noch so? Das ist meiner Meinung nach immer noch so. Man braucht sich nur anhören, wie Investmentbanker in der City of London über die Normalbevölkerung sprechen. Die gilt da als Kettel, als Vieh. Okay, das ist ziemlich deutlich. Braucht es denn nochmal einen großen Krieg, um diese Ziele endgültig zu erreichen? Die Implementierung einer Herrschaftsklasse, die das Vieh kontrolliert? Ja, also so unschön das klingen mag, aber meine Indizien und meine Belege oder Schlussfolgerungen aus der Recherche sagen eigentlich, dass es noch einen dritten großen Kataklysmus braucht, ja, also so einen Krieg am Ende. Man will ja momentan Zentralbankwährungen einführen, man will eine elektronische ID einführen, die totale Überwachung, die Zensur greift Raum. Also es sind dermaßen inhumane Verhältnisse geplant und so viele Paradigmenwechsel, die gegen das Naturell des normalerweise friedliebenden, harmonischen Homo sapiens verstoßen. Ja, also es käme niemand auf die Idee, normalerweise seine Nachbar oder die Familie nebenan auszurotten, nur weil der Baum über den Zaun hängt. Also wir sind im Grunde eine Spezies, die für sich in Ruhe friedlich leben will, Kinder großziehen und ein ruhiges Leben haben, sodass es uns gut geht. Niemand käme auf die Ideen, Kriege loszutreten, gäbe es nicht da entsprechende Manipulationstechniken, Social Engineering und Machtwillen kleiner, mächtiger, einflussreicher Kreise. Und was wir seit Corona sehen, ist die größte Umverteilung von Reichtum der Geschichte von unten nach oben. Nicht umsonst wird so viel Geld gedruckt, nicht umsonst haben wir so eine Inflation, die wird noch zunehmen. Und dann muss man historisch leider feststellen, dass an gewissen Wendepunkten der Geschichte nur noch Krieg die Herrschaft retten kann vor dem, was denn da sonst kommt. Nämlich, dass das Volk aufwacht und merkt, was da passiert. Also, dass es Diebstahl ist, dass es Raub ist, dass es Unterdrückung ist. Und ich glaube, wir sind langsam an so einem Punkt, wo man konstatieren muss, dass immer mehr Menschen bewusst wird, von was sie da regiert werden. Zumal, das ist das Letzte dazu, Cecil Rhodes, die klare Idee formuliert hat, dass supranationale Organisationen, sprich eine Weltregierung, die Welt regieren muss. Und wir haben de facto schon das Organ, das ist die UN. Nur gilt die bei den meisten Menschen irgendwie als zahnloser Tiger. Ab und zu wird mal so ein Sicherheitsrat-Meeting gemacht. Und dann gibt es so Nachhaltigkeitsziele. Das sieht aber nicht nach Regierung aus. Für die wenigsten Leute ist das vorstellbar, dass so eine UN tatsächlich mal eine weltweite Regierung wäre. Oder sowas, was die sich unter Regierung vorstelle. Weil für uns sieht Regierung halt nach irgendwas in einem Gebäude in Berlin aus. Oder in irgendeinem Parlament. In dieser Vorstellung darf man sich das aber nicht denken. Denn schon heute sind wir unter internationalen Verträgen, wir haben es durch Corona gesehen, wenn die WHO Maßnahmen anordnet, werden die weltweit durchgesetzt. Wenn Nachhaltigkeitsziele der UN ausgerollt werden, hat jedes kleine Dorf irgendeinen Nachhaltigkeitsplan und baut andere Straßenlaternen auf, was auch immer. Also das ist ein Verordnungsstaat, das ist ein gesichtsloses Imperium. Aber um dem die entsprechende Macht zu geben, die diese Zirkel vor über 100 Jahren vorgesehen hatten, muss man eigentlich noch einen großen Crash haben. Das kann ein Finanzcrash sein, das kann die Cyber-Pandemie sein. Wenn wir aber anschauen, was in den Medien aktuell passiert, egal ob Schweden, Polen, Großbritannien, da wird überall Kriegstrommel, immer Kriegsgetrommel laut. Deutschland, Rüstung ist in den Medien, Panzer werden glorifiziert, es gibt immer mehr Berichterstattung in der Richtung. Dann ist leider anzunehmen, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass wir einem Dritten Weltkrieg entgegensehen. Man weiß nicht, wie verheerend und groß und wie weit der sich ausweiten wird, aber die Wahrscheinlichkeit auf Basis der historischen Tatsachen ist tatsächlich groß. Um diese Geschichte, auch diese Geschichte von Cecil Rhodes, Milner und all diesen Leuten, diesen Roundtable-Leuten ins Heute zu bringen, ich glaube, da eignet sich ganz gut mal ein Blick auf die Ukraine. Also auch schon vor diesem jetzigen Krieg, da schreibst du von einer feindlichen Übernahme der Ukraine. Kannst du das mal ausführen? Genau, der Ukraine passiert im Prinzip das, was in den 70ern mit China passierte. Sie wird zu einem Testgelände für internationale Organisationen und Machtvehikel. Also schon heute, ich weiß nicht mehr genau die Prozentzahl, aber einen großen Prozentsatz des bebaubaren Landes, also des bestellbaren Ackerlandes, ist mittlerweile in Besitz von BlackRock. Die gesamte Technologie im Land wird gemanagt von Apple, Microsoft, Amazon und die Regierung macht im Prinzip nichts mehr anderes als Krieg führen. Was man dort im Prinzip sieht, ist die vierte industrielle Revolution, wie sie später für den Rollout in Europa gedacht ist. Also man testet dort zum Beispiel eine DIA-App, das ist eine Smartphone-App, die heißt mit Untertitel State in a Smartphone, also Start im Mobiltelefon oder im Smartphone, über die man sein gesamtes Leben abwickeln muss. Also da ist, ich glaube, mittlerweile dürfte es mehr sein, aber sie hatte zwischen 70 und 100 Funktionen, als ich den Artikel geschrieben habe. Und egal, ob man Steuern einreichen will, ob man einen Führerschein vorzeigt, ob man Termin bei der Gemeinde braucht, was auch immer man tut und wo man mit dem Staat interagiert, es geht nur noch über diese App. Und wenn man diese App auf dem Smartphone hat, muss man sich biometrisch bei dieser App identifizieren, also Gesichtserkennung oder Fingerabdruckscan, um auch Drittanbieter-Apps freizuschalten. Das heißt, wenn ich Spotify aufmachen will und Musik hören, muss ich mich vorher erst bei meinem Smartphone identifizieren und der Staat kann natürlich über diese Funktion, die vorgeschaltet ist, eine Drittanbieter-App dann auch sagen, in Zukunft ist die Rumble-Video-App auf deinem Smartphone in unserem Land nicht mehr erlaubt. Das heißt, wenn du dich dann bei der State in der Smartphone-App identifizierst, wird sie dir sagen, dass du Rumble nicht mehr verwenden kannst. Und dann geht die App einfach nicht mehr auf. Oder deine Bitcoin-Wallets oder irgendwas. Also diese App ist verheerend, weil sie im Prinzip das macht, was man in China schon hat, Technokratie ausrollen. Und zwar eine sehr restriktive Technokratie, gemanagt von den Big Tech, von den üblichen Big Tech-Verdächtigen aus dem Silicon Valley. Allen voran Amazon, Microsoft und Apple oder Google. Ja, und wenn man noch bedenkt, dass es in der Ukraine eigentlich auch ausgrund der Kriegssituation keine Opposition mehr gibt. Es gibt keine kritischen Medien mehr. Es gibt keine oppositionellen Fernsehsender mehr. Und wie du schreibst, soll dieses Jahr die digitale Währung in der Ukraine eingeführt werden? Genau, dieses Jahr im Frühjahr war das geplant, laut ukrainischer Zentralbank. Ich weiß das Datum nicht mehr genau, aber ich glaube, es war März, April. Steht im Artikel genau mit dem Link zur Zentralbank-Presseerklärung. Sollte der ukrainische digitale Währung ausgerollt werden? Die hat man natürlich dann auch in der Smartphone-App dafür. Das heißt, wenn ich dann als Ukrainer online gehe und poste regierungskritische Inhalte auf Facebook oder irgendwo anders, ist ganz schnell mein Wallet gesperrt und ich bin mittellos, weil dann kann ich nicht mehr einkaufen. Ich kann nicht mehr Benzin kaufen und bin im Prinzip handlungsunfähig. Der Staat hat dann über das Smartphone die volle Kontrolle über das Leben des Bürgers. Und praktisch jetzt schon ist in der Ukraine das Leben ohne diese App kaum noch zu verwalten. Als normaler Mensch, der dort lebt, ohne diese App ist man im Prinzip aufgeschmissen. Und die App ist jetzt nicht nur ein lokales Produkt, sie wird von diversen Organisationen wie National Endowment for Democracy, NED, großer US-Angeblich-Thinktank, NGO von der CIA. Die machen schon Panel-Diskussionen in Washington und stellen da die App vor als ganz tolles Produkt und ganz bequem, fantastisch, so viele Funktionen in einer Applikation. Man muss nie mehr zum Amt und der persönliche Kontakt zum Staat fällt praktisch völlig weg. Das wird schon diskutiert und es ist relativ offensichtlich, dass das ein Testgelände ist für das, was man später in Europa und anderen Ländern ausrollen will. Estland zum Beispiel implementiert diese App auch schon, also kopiert im Prinzip das Produkt und man darf davon ausgehen, dass das in der Zukunft dann auch in anderen Ländern kommt. Als eben sehr bequemes Management von Zahlungen, Führerschein, Ausweisdokumenten, Energierechnungen, Steuererklärungen, dann weiß der Staat alles. Und viele werden das begrüßen, weil sie sagen, ja, ist doch super, ich brauche nichts mehr zu tun. Also diese Bequemlichkeit, das sieht man ja in allen Sparten, ist so dermaßen auf dem Vormarsch. Da muss ich ja nur das Auto angucken, was da, das soll jetzt auch demnächst selber fahren. Ja, mich nervt ja schon dieses Piep, 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 wenn ich rückwärts fahren soll. Aber man kann davon ausgehen, dass sehr, sehr viele mitmachen werden. Jetzt frage ich mich natürlich, ist diese Entwicklung generell noch aufzuhalten? Was glaubst du? Ich denke im Großen und Ganzen schon. Also ich glaube, dass es nicht nur eine der spannendsten, wahrscheinlich auch schlimmsten Zeiten ist, die die Zivilisation je erlebt hat mit all dem, was um uns herum passiert. Ich glaube, es ist auch eine der größten Chancen, die die globale Spezies Mensch je hatte. Denn es waren sich, glaube ich, noch nie gleichzeitig so viele Menschen dessen bewusst, was passiert. Noch niemals hatten wir so viel Zugang zu Informationen zur gleichen Zeit. Noch niemals war es so, dass gleich viele Menschen global gesehen die Chance hatten, das zu erkennen, was da passiert. Wie du sagst, das größte Problem, die größte Falle ist die Bequemlichkeit und dass sehr viele Menschen mitmachen, weil sie sich keine Gedanken darüber machen, weil die drei Minuten oder die halbe Stunde Anfahrt zum Rathaus ist halt umständlicher, als wenn ich mir die App runterlade und kann das Dokument dann dort einreichen. Man muss sich dann aber mal eben anschauen, was passiert in der Ukraine mit den Daten. Die sind im Prinzip die kompletten Regierungsdaten, also die, egal was für persönliche Daten von dir als Bürger dort gespeichert sind, die sind alle auf Servern bei Amazon und Google. Das heißt, Google weiß alles und verwaltet im Prinzip deine kompletten persönlichen Daten, kann damit natürlich auch arbeiten. Daten sind das Gold unserer Zeit. Und der einzige Weg, sich dem noch zu entziehen, ist, nicht mitzumachen. Also, wo es geht, Nein zu sagen natürlich. Soweit es geht, Fortschritt heißt hier zum Beispiel sowas mit Nokia irgendwie 8210, also kein Smartphone, sondern ein Dampffone, wo man einfach so Apps nicht hat. Sich dem entziehen und vor allem dieses Kriegsgetrommeln nicht unterstützen, denn am Ende ist Krieg für die Leute, die da beteiligt sind, das Schlimmste, was passieren kann. Und er dient immer nur der herrschenden Kaste. Das kann man sich in der Geschichte anschauen. Zudem wird so ein Dritter Krieg, wenn er kommen sollte, das zementieren, was wir schon haben, nämlich so einen internationalen Kooperatismus aus gesichtslosen Imperien wie UNO, WHO, die dann über Smartphone-Apps uns sagen, was zu tun ist und die uns auch automatisiert dann das Autofahren untersagen. Die Supermarkt-Tür zulassen oder den Computerzugang sperren, weil wir andere Meinungen vertreten als die offiziell votierte Hoheitsmeinung. Also, es wird schwierig, aber es hat noch kein Imperium ewig gehalten. Richtig. Außerdem kann dieser Krieg nicht losgehen, wenn die Leute nicht mitmachen wollen. Also, man muss im Grunde dieser Propaganda widerstehen. Das ist natürlich schwierig, werden nicht alle, aber vielleicht werden es immer mehr. Ja, das ist, naja, vielleicht etwas leichter Optimismus, den mir ja eigentlich selten nachgesagt wird. Ganz zum Schluss, ich habe dein Buch elektronisch gelesen und du hast deine Ausführungen immer wieder mit Quellen belegt, die man also aufrufen konnte. Wie ist das beim gebundenen Buch? Weißt du, das sind so viele Informationen, die Leute sagen, echt kann das stimmen. Da sind Quellen natürlich umso wichtiger. Ja, genau. Also, man kann das Buch natürlich elektronisch lesen, dann sind all die Quellen verlinkt. Man kann also einfach draufklicken und kriegt dann jeweils das Originaldokument. Ich habe mir da auch große Mühe gegeben, keine YouTube-Videos oder irgendwas zu verlinken. Ja, es sind in der Regel die Originalarchive, Dokumente, offiziellen Nachrichten, Programme der Organisationen. Das ist alles offiziell nachvollziehbar und die meisten Berichte, die ich dort als Quelle heranziehe, sind auch dann aus den Mainstream-Medien. Die haben ja bis vor wenigen Jahren tatsächlich auch hier und da noch sinnvoll berichtet und zumindest zwischen den Zeilen erklärt, was tatsächlich Sache ist. Und man kann sich das anschauen. Im Buch selber war das nicht möglich. Das habe ich aber die letzten zwei Jahre schon so gemacht, weil es hat schon 510 Seiten. Hätte ich da noch Fußnoten für alles eingefügt, wäre es A, noch dicker und teurer geworden. Das wollte ich vermeiden. B, sind teilweise die Links auf irgendwelche Archive auch so unansehnlich lang, dass man das auch in einer, was ich, Schriftgröße 5 dann kaum noch abtippen kann und irgendwo in den Browser eingeben. Es gibt aber das PDF kostenlos bei Archive und auf meiner Webseite herunterzuladen. Also wer sich das Buch kauft, bekommt auf meiner Webseite sowieso immer alle Texte, die ich schreibe, umsonst. Richtig. Die sind immer umsonst zugänglich. Das Buch ist auch nicht damit, ist da nicht dazu geschrieben, dass ich damit Geld verdiene. Es ist mir damit nur wichtig, dass es in physischer Form die Arbeit konserviert, sodass die eventuelle Löschungen von Webseiten und das Orwell'sche Memory Hole auch überlebt. Deswegen, die Quellen sind im PDF. Das gibt es umsonst online, kann man auf meiner Webseite finden oder bei Archive. Da gibt es eine regionaler.press-Seite bei archive.org. Da gibt es das auch und dann kann man sich die Quellen anschauen. Im Buch sind alle Links, also alle Quellen, die Links sind, sind unterstrichen. Dann kann man das auch nachvollziehen. Es sind Tausende. Ja, ich habe es gesehen. Vielen Dank, Tom. Hochinteressantes Gespräch, hochinteressante Geschichtsfakten, von denen die meisten, würde ich sagen, noch nicht so viel gehört haben. Toll, dass du da warst. Kann ich nur sagen, bis zum nächsten Mal. Danke dir, bis zum nächsten Mal. Tja, Leute. Geschichte ist immer die Geschichte der Sieger. Und deswegen macht es absolut Sinn, auch hier zu hinterfragen und zu recherchieren oder Leuten zuzuhören, die recherchiert haben. Weil niemals alles so ist, wie es scheint. Und in diesen Zeiten erst recht schon nicht. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald. Ich binταιer, bis zum nächsten Mal. the Untertitelung des ZDF, 2020